In den vergangenen Wochen, und vor allem während der Löwe-Saison, sprühten die Funken nur so über. Das könnte an den heißen Sommernächten, und feuchtfröhlichen Strandpartys, liegen, deren Energie sich auf unser Gemüt überträgt. Leider stecken wir nun bereits mitten im Herbst. Aber auch hier verspricht das Horoskop zumindest für drei Sternzeichen echte Liebesabenteuer. Irgendwie ist das Jahr mit einem Wimpernschlag verflogen. Die kalten Monate stehen uns jetzt unmittelbar bevor. Und da hätte doch jeder gerne jemanden zum Kuscheln. Good News! Für drei Sternzeichen erfüllt sich dieser Wunsch womöglich bald. Denn wie das Horoskop verrät, haben Sie im Herbst 2021 Glück in der Liebe. Im Video oben erfahrt ihr, wer sich freuen darf. 3 4 5 5 Bis zum nächsten Mal.